Einen schönen guten Morgen und herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum heutigen Devisenradar am Dienstag, dem 27. Januar. Es grüßt Sie wieder, JFD Brokers und Christian Kemmerer. Wir wollen heute uns das britische Fund anschauen, speziell das britische Fund gegenüber dem US-Dollar, also hier ein Major FX Pair, auch als Cable bekannt, und hier das Bild zu diesem Währungspaar. Wie immer an dieser Stelle hier die grobe Schau, rechts unten Wochenschart, oben Tagesschart, links das große Bild der Stundenschart. Und da wird es heute auch noch sehr interessant werden, vor dem Hintergrund, dass wir heute, ich bringe gerade mal die News-Seite hier ins Bild, dass wir heute hier einiges aus England zu erwarten haben. Wir sehen hier 10.30 Uhr, immer eine sehr, sehr bekannte Zeit, die Zeit des britischen Funds sozusagen, meistens Dienstag, Mittwochs oder Donnerstags, immer auf 10.30 Uhr achten, wenn denn News oder Daten aus England kommen, dann um diese Zeit. Und da wird es auch immer recht relativ bei diesem Währungspaar. Wir sehen eben heute hier die Veröffentlichung zum Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals und hier eben die erste Veröffentlichung. Hier die Erwartungstendenzen, Prognosen, wir wollen mal sehen, was dabei rauskommt. Hinzu kommt noch ein Dienstleistungsindex und Immobiliendaten. Also heute hier definitiv ein Cocktail, der das britische Fund in Wallung bringen dürfte. Wir werden dazu auch nachher noch eine JFD Live Trading TV Sendung machen, kurz vor Beginn, also kurz vor 10.30 Uhr starten wir, um uns dann praktisch die Bewegungen angeknüpft an das jetzige Devisenradar genauer anzuschauen. Da fangen wir hier eben jetzt mit dem großen Bild an, um erstmal die Lagebeurteilung sozusagen vorzunehmen. Wir wissen, das britische Fund geriet im Zuge der Finanzmarktkrise erheblich unter Druck. Dann führt letztlich hier eine relativ große, ausgedehnte Seitwärtsrange zu einem fast schon langweiligen Verhalten hier auf Wochenbasis, wohl bemerkt. Aber was sehr interessant war im Jahr 2013, hier knapp über 1,48. Wir hatten hier einen Tief im Bereich 1,48, 1,48, 10, 1,48, 30 und hier hatten wir schartechnisch einen ganz klassischen Doppelboden. Also nach dieser Seitwärtsphase, nach dieser Korrekturbewegung, die dann hier dazu führte, dass letztlich diese Unterstützung aufgegeben wurde. Das war letztlich eine Unterstützungszone, die dann hier im Februar 2013 aufgegeben wurde. Dann gab es eben neue Verlaufstiefe. Es ging aber nicht bis zu den Tiefs des Jahres 2010. Das waren hier knapp um 1,42,50 Preise. Nein, wir stoppten dann hier eben knapp über 1,48. Es gab einen Erholungsimpuls. Doch der Markt mit Eroberung dieser zuvor gebrochenen Unterstützung schaffte es nicht signifikant nach oben auszubrechen. Vielmehr ging es dann eben hier im Sommer nochmal nach unten. Aber das dann hier inklusive, und das kann ich Ihnen auch nochmal schön darstellen, inklusive der Ausbildung von hervorragenden Divergenzen. Also das war schon eine Einladung aus mittelfristiger Positions-Trading-Sichtweise, die nicht oft vorkommt. Also wir sahen hier das Verlaufstief eben vom März und hier das Tief vom Juli. Und das wurde hier begleitet durch eben diese positive Divergenz des RSI-Oscillators an dieser Stelle. Und das war schon hier eine Steilvorlage im Sinne einer Bodenbildung hier einen möglichen Counter-Trade zu wagen, der dann eben hier sogar eine neue Trendbewegung einleitete. Also insbesondere mit der abermaligen Rückeroberung und mit dem Ausbruch hier über das Junihoch 2013 ging es dann eben nach oben. Und Sie wissen, was die jüngste Geschichte ist. Das Währungspaar schoss hier deutlich über die Marke von 1,70, eroberte sogar hier dann die Hochpunkte des Jahres 2011. Und es schien sogar so, als würden wir hier signifikant die Niveaus aus 2009 überwinden können, eben mit Preisen über 1,70. Doch dann wurde hier die Politik oder die Annahme einer früheren Leitzinserhöhung aus den USA und eben dann auch noch konkurrierende Wirtschaftsdaten oder diese führten dann vielmehr dazu, dass eben die Fantasie aus dem britischen Fund rausging. Hier auch die Notenbank dann zurückruderte sukzessive und was war die Konsequenz? Hier im Zuge dann auch eines erstarkenden US-Dollars kriegt das britische Fund deutlich unterdrückt. Jetzt die Lage hier gerade auf Wochenbasis aus dem großen Bild hier sehr interessant, da wir uns eben jetzt hier diesen Unterstützungsbereich 1,48 enorm annähern. Und das ist ein Level, aufgepasst, wenn wir hier hinlaufen in dem Bereich knapp über 1,48, 1,49, 1,48 hier in dieser Zone, da gilt es dann aufzupassen, wie das Währungspaar sich verhält. Eine Stabilisierung in diesem Bereich ist nicht untypisch oder würde mich auch nicht überraschen. Nach dieser starken Korrektur wäre das hier definitiv ein Level, wo der Markt hier eine Bodenbildung erfahren könnte. Doch Sie sehen auch hier im Gegensatz zu den Tendenzen im Jahr 2013, wir sind zwar hier in einem deutlich überverkauften Bereich, aber diese starke Abwärtsdynamik sagt eben auch hier, dass hier eine enorm ausgerichtete Trendbewegung im Süden stattfindet. Und wenn ein Wert mal überverkauft ist, gerade in einem starken Trendimpuls, dann kann der das auch über Monate oder sogar Jahre bleiben. Also das hat dann nichts zu bedeuten, wenn wir hier im überverkauften Bereich sind. Die Oszillatoren spielen ja ihre Stärke eben mehr in Seitwärtsmärkten auf oder aber eben in Form von Divergenzen. Und die haben wir hier noch nicht. Insofern mal abwarten, was das Währungsbar hier dann unter mittelfristigen Gesichtspunkten macht. Das mal die Beschau auf Wochenbasis. Tagesbasis, ja tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Wir sehen hier eine Sequenz an ganz, ganz sauberen Abwärtsimpulsen. Das können wir auch hier dann mal ohne viel Schnörkel mal mit dem Rainbow untermauern. Da sehen Sie die klassische Rainbow-Tendenz mega bärisch ausgerichtet. Und sofern es jetzt hier Erholungen auf Tagesbasis geben sollte, würde sich hier oben zum Beispiel dieser Bereich um 1,52, 1,52,50 anbieten. Hier möglicherweise in Richtung dieser Trendbewegung einen Short Trade aufzunehmen. Das aber wie gesagt nur unter annehmbaren Gesichtspunkten, dass der Markt dann hier auch wirklich wieder trendig nach unten läuft. Die Marke von 1,48 würde sich dann aber dafür anbieten. Schauen wir jetzt kurz auf den Stundenchart, der wird nämlich heute interessant, gerade im Sinne der JFD-Live-Sendung. Wir sahen eben unlängst hier eine Erholung seit einigen Tagen und laufen jetzt hier sukzessive nach oben. Wir haben hier den Pivot-Point heute bei 1,50, 1,58. Das politische Fund selber heute nur marginale 43 Pips bislang gelaufen. Im Schnitt knapp über 110. Das soll heißen, wir haben heute hier noch eine deutliche Range zu erwarten. Aber wenn wir uns den Stundenchart anschauen, wird eins deutlich. Wir sind hier aktuell an einem Widerstandsbereich. Und genau den werden wir nachher auch nochmal aufnehmen, nämlich zu den News. Das politische Fund kann hier sehr, sehr trendig sein. Soll heißen, wenn wir hier einen Ausbruch vollziehen, der zu den News nicht unbedingt überraschend wäre, wenn die Daten eben besser reinkommen als erwartet, dann kann es hier dazu kommen, dass wir uns hier sehr, sehr schnell in Richtung neuer Tageshochs, in Richtung hier Resistance Point 2 und diesem Widerstandsbereich bei knapp 1,52 annähern. Ja, das sind dann natürlich hier gute 100 Pips, aber im Sinne einer News-Bewegung durchaus schnell zu erreichen. Aufpassen, wie gesagt, hier auf dieses Widerstandslevel. Ich lege das mal um den Bereich 1,51, 10, 1,51, 15 fest. Das wird, wie gesagt, für heute sehr, sehr interessant werden. Wir haben hier kurzfristig einen Aufwärtstrend. Sollte es keinen Ausbruch nach oben geben, dann gilt es hier auf den Pivot Point inklusive dieser Aufwärtstrendlinie zu achten. Gehen wir drunter, also hier signifikante Preise unter 1,50, 58, da kann man dann sogar schon einen Stunden Schluss unter 1,50, 50 nehmen, dann wäre die Trendlinie auch durch. Dann sollte man sich hier an den Support-Levels orientieren und dann wären eben auch die jüngsten Verlaufstiefs, die jüngsten Mehrjahrestiefs durchaus wieder interessant für eine Abwärtsbewegung. Das mal zum britischen Fund gegenüber dem US-Dollar. Die Tagestendenz heute will ich Ihnen nicht vorgehalten halten. Wir haben Dienstag und dieser spricht statistisch. Entgegen hier Donnerstag und Freitag, ganz, ganz signifikant für eine der letzten 52 Handelswochen, für einen positiven Tag, für eine positive Tendenz. 55% positive Schlusspreise deckt sich auch und jetzt kommt es mit dieser heutigen Fuzi-Vektor-Login. Auch hier wird angezeigt, dass wir hier 1,50, 50 waren Key-Level. Wenn wir hier zu den News kurz anbrechen und nicht signifikant runterfallen sollten, also hier diese Aufwärts-Trenn-Linie, ich hole noch mal den Stunden-Chart direkt drauf, hier 1,50, 50, wenn es einen Test dieser Linie gibt, die Fuzi-Logik sagt in Anführungszeichen voraus, wenn wir hier einen Touchdown machen, dass dann hier eine Erholungsbewegung kommen könnte. Das heißt, hier zu den News, das ist der Stunden-Chart, hier diese Basen auf Stundenbasis, dürfte hier einen kurzen Impuls nach unten geben, aber dann Überraschung nach oben und das wäre hier eine sehr, sehr schöne Situation, um hier in den Markt einzusteigen, um hier den Counter-Trenn im Sinne dieses großen Abwärtsimpulses nach oben einfach mal zu reiten. Schöne Erholungsfortsetzung seit hier den Tiefs vom 23. Januar. Die Fuzi-Logik zeigt uns hier aber sehr, sehr schön auf, dass es hier durchaus weiter nach oben gehen könnte. Nach einem neuen Tag ist die spannende Situation, das schauen wir uns aber wie gesagt in knapp 40 Minuten, 50 Minuten an. Wir werden kurz vor 10.30 Uhr online gehen und dann das Live-Geschehen uns widmen und mal sehen, was sich da für Chancen bieten. Insofern, liebe Zuschauer, würde ich mich freuen, wenn Sie nachher nochmal einschalten bei JFD Live Trading TV. Wie gesagt, das Stream-Post folgt zeitgerecht und bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal mit den besten Grüßen und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis dahin, Ihr Christian Kimmer.